Lacher gemacht und dann habe ich mit einem Schlag noch hin und vor probiert zu fangen und es hat auch nicht funktioniert. Falsche Seiten, Junge. So. 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 So, ich habe ja, um die Borgeherner, für ein Quest. So. 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 Ist das! aber dafür haben wir schlagen jetzt oder fliegen die ganze zeit erledigt wollte zug abgeschlossen jetzt habe ich noch mal oder nicht er läuft immer davon ich habe so ein schlechtes timing es wird hoffentlich besser mit den neuen waffen ich hoffe das ist ja furchtbar ja wahrscheinlich sind dann die figuren stärker und dann kommt sie wieder aufs selbe na peter lustig ja ich bin ganz lustig lustig löwenzahn das findet sogar der peter lustig ja jetzt geht schon wieder essen da hinten was sieht er da braucht er gar nichts essen kollege und hinten rein ich bin zu weit weg ich bin zu weit weg das ist ein bauch jetzt ist er geschwächt am bauch so wie gläsend da für den ding da hause zu gläsen ich hab dir sowas nicht mehr angeschaut ja ich meine was gefräsen hat ist am bauch wo sie drauf haben dann spiebt das wieder raus jetzt ist er rollig aber er geht schon ein bisschen schwer ja super muss ich halt einpacken hat es beim fuß hat das glaube ich schon mhm der deutschke im rechten zieht das schon ein bisschen nachher hallo ich muss überlegen wie ich mit der kanone weiterspielen mal also fernkampf jetzt hat er sie hin ich kann nicht einmal das noch nein ja wo läufst du hin darf ich dich mal ein bisschen überholen ja da hab ich dich geblitzelt heimma rein da ja das ist ja gemäß ja jetzt kriegt er's ja jetzt stich ich dir nicht da jetzt stich ich dir nicht da jetzt stich ich dir nicht da oh das war das Licht wo läuft er denn hin ja schön zack weiter watschen gekriegt ja ja zur basis jetzt können wir ein bisschen blindern da ja das schneiden wir ihn halt aus ne da müssen wir warten das ist krumpf der weiß schon nicht mehr glaube ich ne ausrüstung haben wir schon alles mit dem glaube ich ja krass da hinten ist ein knochenhaufen den schauen wir ihn an ja kleines schwein din 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 ja jetzt bist du kaputt hä du bist mit deiner mama gestorben dann macht er wieder licht da ausschätten mit dem herz ja miau 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 übrigens der kotamik miau arbert arbert füße quetzt erfüllt sehr schön sehr schön hat mir gefallen naja alles nehmen ne immer schon alles alles geben ja 990 punkte nein belohnung punkte 65 65 ja jetzt kommt's wer war der beste sammler also naja was tun wir denn da jetzt ich geh schnell zu meiner anruhe und leg meine sagen ab und dann könnt man die bei weitermachen so in der ödnis da das geht ja genau aber da werden schlechten auern dabei haben aber ja aber ja die socken wir haben eh in den mitgeschen ne ok heute hab ich eine andere kotze gefunden als das mit mir mitgeräumt dann also was du alles findest ja noch war eine zweite kotze dabei ich habe eine dringende quest für euch bei meinem kanal na ja dein kanal ne wie heißt dein kanal ist dirin hedger ja na na auf einmal ich bin da mein untergekrieg Link in der beschreibung ne auf einmal ist ein kotze gekommen und der ist dann mit mir mit ne dann waren wir zu dritt ja zwei rüstungskogeln habe ich gekriegt jetzt auch für die kleinen 16 monstern habe ich jetzt auch killed so ist er bei der fliege die kasperle muss beutezug was haben wir da jetzt eine pilze ein zug hast ist der zugführer ja tatü tat warte mal flora nehm ich mit so untersuchungen habe ich auch einiges dazu gekriegt ok gehst du da rein so kannst dir feine hinten rein ja ja ich hoffe die kisten wird nicht überfüllt ne mal irgendwie wie zeig ja ich habe gestern ein paar tränke gemacht oder so aber ja ich habe da auch einiges so ich habe da mal meine 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 tue ich auch weg und was in mir rein machen oder so ne bist du mal weg die scheiße angeln alter ich weiß nicht ob ich das einmal aufgehen soll ich habe ja gar nicht genutzt ne ich weiß nicht das ist ich weiß nicht das ist nicht so mein eins glaube ich ne das weiß ich jetzt schon es war bei jedem Spiel schon so kompliziert für mich ja ich weiß nicht das war ewig ja das ist ja das gerade ne allein wie bei final fantasy ne ja ich meine ne war anstrengend ich habe da nicht gewisse Sorgen gegeben hätte ich das nie geschaut ja ha 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 ja ich war der verfügbare gewesen ne moment auf der verfügbarkeit der gewesen ich tue nur schnell ein bisschen einlagern der nitro pilz ich weiß ja nicht ne da gehst du voll ab ich bin immer voll das schaffe ich immer in die Spiele dass ich voll bin mit dem ja bis zum sparen dass ich nicht weiß was ich tun soll die hälfte davon weiß ich nicht für was ich hab und keine ahnung für was ich brauch aber ich hab's kann man da fischen ne die alte die geht die geht mir so auf die eier jedes mal wenn ich jetzt einfach rausgehe oder sonst wo sagt sie mir den gleichen Satz dass wir den nicht beschützen müssen ich hab's verstanden bei den ersten 44 mal auch ja hm oder 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 n ig g mutter möchten sie fortfahren ja so und sagen an dünger eine drei quests dauert das ist das geeignet käfer ja es käfer sehr gut ja du musst zuerst einmal dings machen die vielen sequenzen dinge dauernd wahrscheinlich bist du noch hilfe schreist verfügbare quests darf ich nicht nur beitreten erster tanz ausgerüstet surprise surprise ich schau mal wo es der will von mir ok ok hey willkommen zurück wir sind mit der sicherung der basis fast fertig okay ganz genau dein alter kumpel der anja die anja ich muss auf den wagen aufpassen natürlich bringe ich dorthin das ist ja gar gar problem was heißt jetzt fast mit dem wagen wahrscheinlich ja 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 da vor dir ist da hinten ja es wird lustig ja die anja wird nicht leicht zum erlegen seine denkt an alles was ich dir gelehrt hat super was kann man nicht einfach auf dem wagen aufgestellen und ich gibt es wird zeit den schutz der basis abzuschließen ich muss mit der wild expertin reden jetzt auf ein gespräch bitte schmiede ausrüstung verbessern stufe 2 stufe 18 stufe kugel habe ich jetzt habe ich neun stück schon ok rüstung bukei set könnt ihr machen aber ne das hab ich barut set nein das mache ich nicht königskäfer set hm das klingt ja das ist super ja du schaust du schaust wie hischkäfer mit dem helm schau ich mir so schlecht aus irgendwie das ist einer von pokémon pokémon komm schnapp sie dir hast du alle geschnappt bei pokémon pokémon fast nein hab ich nicht leider weil du musst ja zu anderen kontinente fliegen nicht dass du einen anderen pokémon bekommst ja das kann man leider nicht leisten na komm und schnapp sie dir komm mach ich wunschliste monsterfluid brauche ich nein hornfliege aha hornfliegen brauche ich das sind Probleme drachenieterz mhm was drachenlord na drachenieterz drachenlord ja reinererz ja reinererz ja korallenkristall wo kriegt denn das wieder her flammenbeutel schreibe holl schreibe schreit was n na hab ich nicht grau das kriegt man später ich muss zuerst einmal die stopy set machen doch ich warte kannst du vorausgehen partner weißt die schickt mich immer in den tot ja was ist denn das Es ist Krieg! Der Rathian. Ich mag schon beitreten. Rathian. Fabian. Hast du keinen Gutschein genommen? Das ist ja schlecht. Echt, bin ich enttäuscht jetzt. Was heißt da? Ruhig bleiben. Geh mal. Full drauf. Weißt du, was witzig ist? Bei mir leuchtet immer auf Steam, dass du immer ein Ding spielst. Monster Hunt. Höhe? Ja. Ploppt immer auf da unten rechts. Interessant. Nio. Also, ich wurde zu links rein, zu der Wildtante. Wildexpertin. Wieso hat er keinen Namen oder so? Zum Beispiel... Du bist ja nur der Fünfer. Bim, bim. Alles einsteigen, Fahrkarten, bitte. Alles einsteigen, Fahrkarten, bitte. Mal da gehen wir. Also, Partner. Mhm. Oh, oh, ich bin ja gleich rein. Wir packen das. Wir packen das. Du hilfst mir gar nicht. Du gehst nicht mehr essen da. Ich bin schon fast schon. Hast du was gefunden? Na, ich bin nur gestohlen. Du willst beitreten. Das war furchtbar klar. Ich bin gestohlen. Auwewe. Wolle ich ein Quest bekannt geben? Mhm. Oh. Auwe. Nächster Quest bei mir ist die Anja killen. Eine Stunde hätte ich Zeit. Boah. So, ich glaube, jetzt kann ich dann das ausschreiben, ne? Ja. Ich schau gleich mal, ne? Du brauchst den Notsignal senden einmal, ne? Oh, ich schau gleich mal. Du nur nur nur, du nur nur nur. Hau ja immer nicht, ne? Ne, du musst die Ganzequenz klareweise fertig machen, ne? Alter, ich mag die Anja nicht für mich. Das ist mir zu heftig, ne? Das ist heiß. Hallo, ich bin's, der Herbert. Ah ja, was gibt Gas? Was ist denn da? Ach so, hab ich's jetzt geschaut? Wie war's noch? Auf Abwästheitstellung, okay. Tot, also Tortenmenü, nicht Totenmenü anpassen. Nicht nachlassen, wir sind fast da, ja, okay. Nicht abgasen. Und, schmeckt's? Hm. Das hast du gut gemacht. Das ist der Schüchter, der Fünfer. Okay. Ist das Schwein? Ja, aber für Schüchter redet ja echt viel, ne? Ein Wenkel. Verspeil ein paar. Aha, Versammlungsstätte kann jetzt gehen. Okay. Das war vorher gesperrt. Jetzt gehen wir mal anders mal hin. Dun, 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 dun. Was ist denn das da? Wo, 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 wo? Dein Raum ist nur ein Haushälter. Was muss ich denn dafür tun? Tut mir leid, Meister. Ähm, Jauster. Kein Zutritt ist ein bisschen... Private Party, der Vitor. Okay. Schmiede. Versammlungsstätte. Dann schau mal da rauf. Oh, jetzt wird geladen. Ah! Sequenz. Gehen wir. Wie im Schiff? Cool. Hm. Ist das normal, dass sie alle 25 Sekunden im gleichen Scheiß wiederholt? Keine Ahnung. Normal nicht, ne? Aber immer fort. Ist das normal? Ist das normal? Ich weiß es nicht, Alter. Ich bin selber das erste Mal da. Nachrichtentafel, Kartine, Dein Raum. Ja, wird schon. Genau. So. Eventfahrer. Hi. Verwalterin. Servus. Grüezi. Grüezi. Aha. Quest-Schalter. Arena-Schalter. Kann man da BVB machen? Ja, sehr, ne? Du bist zurück! Die ganze Arena kämpfe immer um mit den Viechern. Mhm. Der alte hat ja erst einmal gesagt, du bist zurück. Noch nie gesagt, aber du bist zurück. Ja, das kenne ich. Das hat sich von mir geträumt schon, ne? Ich bin ja der Traummann. Ja, ja. Ja, wie schaut's aus mit deinem Notsignal? Ja, nix. Hast du das Waagel schon mal da mit getan oder so? Ich bin eben unterwegs. Ich bin ja da gestorben einmal zwischen, weil das Viech mich umgebracht hat. Ich habe ja gemeint, ich muss ihn jetzt zerstecken. Dabei hätte man nur flüchten müssen, ne? Ja. Anscheinend. Das weiß ich ja nicht. Das kannst du ja mir nicht antun. Ein Nitro-Pilz. Hm. Jetzt gibt er Gas. Der ist von Super Mario nämlich, ne? Der nimmt immer Nitro-Pilze. Ja, jetzt habe ich noch der Grey umgebracht. Der Fasson hängt. Ja, sein Fasson hat er mir jetzt gesagt heute. Ah, weh. So. Wo ist denn? Kantine ist da. Äh. Ich komme ja eh schon. Okay, wenn ich da bin. Es taucht auf einmal neben mir meinen Namen auf. Und den Charles als Logo-Dings nehmen. Interessant. Wenn ich da oben bin? Okay. Wenn das ja weitergeht, müssen wir den verlinken anfangen. Ja. Vielleicht stehen sie auf einmal mit dem Waagel da. Komisch. Mal sehen, was der so macht. Da hat sich eigentlich ein Konzenderladen heute. Ha, 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 ha. Das ist behindert. Ich sage alles fünfmal. Ah. Die Kammer der fünf. Bim, bim. Garten, bitte. Da scheißt ja einer irgendwo, glaube ich. Hm. Oh, da muss ein Druck. Nicht schlechter Spächt. Biss denn du für eine? Heureka. Ha, ha, ha. Glaub ich schon. Eindringlicher Vierer. Ich bin der Einzertippel. Ich habe noch einen Tippel. Er dringt ein. Er dringt ein, richtig. Er dringt ein. Ein dringender Quest für mich. Oh, ey. Schau, der Barot. Ah, der ist super. Den brauchen wir. Bei Miyagi. Mr. Miyagi. Ja, natürlich. Den stelle ich mir allein hin. So. Ich gehe mal zur Schmiede. Und dann gehen wir mal zum Trinken. Er schießt jetzt mit einem Apfel noch, oder was? Ins Augerl, oder? Mit der Erdbeer. Natürlich. Ja, das ist ja klar. Er schießt. Nein. Was willst du da noch sagen? Ich muss jetzt gegen den kämpfen. Was? Ich kann das... Jawohl, jetzt ist ein Notsignal hochgeschossen. Ich habe es schon gemacht. Ich habe gedacht, das ist scheiße, oder? Nein. Das ist dumm. Dumm ist gut. Du kannst Kapseln draußen machen. Das Notsignal habe ich schon abgesendert. Ach so. Ja, warte einmal. Zur Not schauen wir mal rein, oder? Ich dachte, das dauert noch ein bisschen. Weniges zum Trinken holen. Ja. Ja. Ja, annehmen. Nein, ich hätte einen Gutschein nehmen können. Fehlgeschlagen. Hä? Befügbare Gebäste. Ja. Gutschein. Mit Nutzen. Ist fehlgeschlagen. Hm. Komisch. Warten wir mal. Jetzt wurde keiner sich gefunden. Warten wir, ich gehe mal ein neues suchen. Aha. Du hast die Sitzung verlassen. Ja. Ich sitze. In der Sitzung. Warte einmal. Du machst eine neue, was für eine andere Sitzung, oder? Ja. Eine Suchvergang, die dauert so lange. Gehen wir auf. Ja. 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 Ja, die ganze Edge, die ganze Lamp ist sicher. Das ist ja so gemein. Das ist ja so gemein. Ja. Das dauert ewig. Suchvergang. 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 Ja, schlag noch fünfmal auf den gleichen Haxen, wenn du merkst, dass es nicht geht. Dann prallt ab. Ja. Irgendwie will er nicht. Tut er nicht. Was ist denn da los? Abbrechen kannst du auch nicht. Okay. Okay. Äh. Sitzung von Freunden. Habe ich keine. Hast du keine Sitzung? Na? Mh. Ist aber ehrgerich jetzt. Warte einmal. Deine Sitzung ist nicht da, ne? Ja. Bei mir läuft, oder? Ich bin da voll im Geschenk. Na. Warte einmal. Gefilterte Suche. Vielleicht sind die drinnen der Listen? Bist du der Batze? Ah. Jetzt wird's übergefährlich. Na? Du bist nicht mehr Dings drin, die ist da. Ne. Nur Gensinn. Hä? Ist die Sitzung jetzt ganz abgebrochen, oder hast du eine private Sitzung gemacht? Na? Hm. Elli ist da. Mhm. Und deine Sitzung? Ja. 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 Verdammt. Ja. Was ist denn da jetzt kaputt? Ich weiß es nicht. Du hast keine Sitzung. Ich mach's. Ich mach's. Ja. Es ist ja immer was, ne? Ja. Furchtbar. Ja. So. Warte einmal. Ich könnte das Notsignal jetzt abbrechen und nochmal hochschießen. Hm. Ja. Ja. Aber ich seh den jetzt in einer Sitzung, ne? Sitzung von Freunden ist leer bei mir. Ja. Das steht bei mir. Das ist ja wahr. Ich muss mal sagen. So. So. Not läuft. Abbrechen. Online-Sitzung. Noch eine suchen. Ne. Du bist nicht da. So. Jetzt haben wir das Obstfeier genommen. Hm. Hm. Aber Internet ist ja da, ne? Alles ist alles da. Ja. 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 Ja.